Männlichkeit leben, der Podcast für Männer von Björn Thorsten Leinbach. Willkommen zum Podcast Männlichkeit leben. Hier erfährst du, wie du ein aufregendes und spannendes Leben als Mann führen kannst. Heute stelle ich wieder einen weiteren Schritt zur Stärkung deines Mannseins vor. Es geht um das Thema soziale Kompetenz, Persönlichkeit und Charisma entwickeln. Ja, das will jeder. Soziale Kompetenz, also umfangreiches zwischenmenschliches Potenzial entwickeln, Führungsqualität, Persönlichkeit, also Ausstrahlung und Charisma entwickeln, da träumt natürlich jedermann von und entsprechend zahlreich sind die Angebote auf dem Markt. Und das möchte ich hier etwas ausführen, denn ich bin ja nun schon ein paar Tage, um deutlicher zu sagen, 25 Jahre hauptberuflich in diesem Bereich als Trainer, als Coach und als Therapeut tätig. Es geht um die beiden Bereiche, reale zwischenmenschliche Kontakte und digitale Kontakte. Seit ich arbeite, 1995 haben wir unser Institut gegründet. Ich würde sagen, seit etwa 2000, im Jahr 2000, beobachte ich, dass die sozialen Phobien bei Menschen zunehmen. Dass es immer mehr Menschen und ich würde fast sagen immer mehr junge Männer gibt, die soziale Phobien haben. Also Angst vor Kontakt mit anderen Menschen, sehr, sehr unsicher sind, nicht in die Augen schauen können, Kontakt vermeiden, nicht konfliktfähig sind, also sofort einknicken. Angst haben, oft panische Angst vor Frauen haben. Wenn sich eine Frau Ihnen zeigt, dass Sympathie ist, dann erschrecken sie eher. Sie geht es noch nicht mal ums Flirten, sondern nur um Vorstufen, normale Kommunikation, Sympathiebekundung, normale zwischenmenschliche Kommunikation. Das erlebe ich immer mehr. Fällt immer mehr Menschen schwer. Und das spiegelt sich dann in immer mehr Problemen, Beziehungen aufzubauen. Da ist es nämlich besonders wichtig, dass man Fähigkeiten hat für zwischenmenschliche Kompetenz. Also wie gehe ich mit Konflikten um, wie drücke ich Gefühle aus, wie gehe ich mit den Gefühlen des anderen um, wie entwickle ich Empathie, das heißt Einfühlungsvermögen, Verständnis für den anderen, wo setze ich Grenzen, wo streite ich auch, wo reiche ich die Hand und löse Konflikte wieder auf, gehe auf jemanden zu, wo bin ich mal hart, wo brauche ich Distanz, wo muss näher Nähe entstehen. All das gehört zum Alltag, wenn man mit Menschen umgeht. Und ich erlebe in den letzten 20 Jahren zunehmend, dass immer mehr Menschen, immer mehr junge Menschen vor allem, Probleme haben in diesem Bereich. Das muss nicht immer pathologisch, also krankhaft sein, ist es aber immer öfter. Die sitzen nur vor dem Rechner, die haben große Probleme mit normaler zwischenmenschlicher Kommunikation. In die Augen zu schauen, wenn man redet, jemanden ausreden lassen, mitkriegen überhaupt, was der andere erzählt. Wenn man danach fragt, was habe ich denn gesagt, dann kommt keine Inhaltszusammenfassung, sondern die posten im Grunde nur ihr Statement raus, aber hören gar nicht zu, was der andere sagt, reflektieren das gar nicht, was der andere sagt, kriegen teilweise schlecht mit, welche Emotionen werden da ausgedrückt und wie reagiere ich da drauf mit meinen Emotionen. Und das ist etwas, was sich immer mehr zeigt und zwar eine Auswirkung von zunehmender Isolation, die ich beobachte, Vereinsamung von Menschen, die dann auch sich zeigt in abgebrochenen Sozialkontakten. Also geht los mit Problemen mit den eigenen Eltern, Ablehnung des Vaters, eine ungeklärte Beziehung mit der Mutter, oft zerstritten mit anderen Familienmitgliedern und wenig wirkliche echte Freunde, mit denen man sich auch trifft und was unternimmt, wo eine emotionale Nähe da ist, geschweige denn wirkliche Intimität mit Frauen, die nicht nur jetzt Freizeitbeschäftigung ist oder einfach nur Sex ist, sondern Intimität, wo auch eine emotionale Nähe, eine Verbindlichkeit da ist. Und das erlebe ich immer mehr. Also das kann man auch statistisch belegen. Immer mehr zerbrochene Familien, die Scheidungsrate steigt. Die Probleme, Beziehungen langfristig aufrechtzuerhalten, wird immer problematischer. Immer mehr Familien, die zerbrechen und für viele Menschen schwierig, echte Freunde, echte Freundschaften auch über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Und damit meine ich nicht die sozialen Medienfreunde, sondern echte Freunde, die man dann auch trifft, mit denen man ein Stück weit die eigene Geschichte teilt. Das nimmt einfach zu. Und diese Reduktion, die ich beobachte, sozialer Kompetenzen, also die immer größeren Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, die hängen, aus meiner Sicht gibt es einen direkten Zusammenhang zu einer fortschreitenden Digitalisierung. Weil im digitalen Bereich wird einem, wenn man vor dem Computer sitzt, einem digitalen Gerät, werden digitale Fähigkeiten trainiert und die schnell zu Größenwahn führen. Man denkt, man kann die Dinge, weil man rein intellektuell angesprochen wird. Der Körper ist nicht beteiligt, die Emotionen sind wenig beteiligt. Es ist ein mentaler Prozess. Und ich weiß das, als ich vor vielen Jahren den Flugschein gemacht habe. Ja, da habe ich mir natürlich einen Flugsimulator geholt, schon als Chauffeur, ja vorher, mit der Steuerung und so weiter. Und dann habe ich exzessiv geübt. Und hat mir das was gebracht, dass ich irgendwie die geilsten Maschinen, die Militärjets und die Boings sicher auf allen internationalen Flughäfen digital landen konnte? Nein, hat es mir nicht. Gar nicht, ja. Denn es ist was ganz anderes, wenn du auch nur in einem mini, mini, mini Ultraleitflieger sitzt. Ultraleit heißt 400 Kilo. Und dann nützt dir das gar nichts. Ja. Es ist, du hast vielleicht ein bisschen Größenwahn oder denkst, du kannst irgendwas. Aber es nützt dir nichts. Ja. Das, was du da lernst, sind ganz andere Dinge. Damit umzugehen mit Situationen, mit physischen, mechanischen Dingen, die Sinne, die da einbezogen sind, die Emotionen und so weiter, wenn du durch Turbulenzen fliegst und, und, und die vielen Sinneseindrücke, die da sind. Also es gibt viele Dinge da zu lernen, die nicht nur ein intellektueller Prozess sind, sondern die du nur lernen kannst, wenn du in einem Flieger sitzt mit dem Piloten, mit dem Fluglehrer nebenbei und das in vielen Stunden machst. In der digitalen Welt lernt man diese Dinge nicht. Du musst sie real einüben. Stell dir vor, es gäbe einen digitalen Führerschein. Ja, wie viel Tod, also die Verkehrstoten würden rapide steigen, ja, wenn du nur digital üben würdest. Stell dir vor, du lernst digital fliegen. Also wir haben Pilotenausbildung nur noch digital. Ja, dann kommen die Dinger wahrscheinlich reihenweise vom Himmel, weil die kommen gar nicht erst hoch. Stell dir das bitte einmal vor. Ein Arzt, würdest du dich vom Arzt behandeln lassen, der OPs digital lernt, am Computer lernt zu operieren. Ja, viel Spaß, lieber Lebensschutz dürfte gegen Null tendieren. Also ich glaube, da ist es deutlich. Du musst die Dinge ganz real lernen und zwar wegen dem physischen, wegen dem Zwischenmenschlichen, wegen dem Emotionalen und all dem, was dazu kommt. In einer digitalen Welt ist eine extreme Reduktion auf das Intellekt und das führt zu einer Art Größenwahn. Das habe ich bei vielen, die online viel gemacht haben, digital alles gelesen haben und Kurse gemacht haben. Da ist eine Art Größenwahn zu verzeichnen. Ja, oft sehr narzisstisch bis hin, also bis hin zu einer Art Autismus auch. Also einer ich-bezogenen, selbstbezogenen, einer krankhaften Selbstbezogenheit, die durch die, durch das Verweinen in der digitalen Welt kommt und das Denken, ich habe das digital erfasst, ich habe es intellektuell erfasst und deshalb bin ich auch in der Lage. Und das ist die fortschreitende Digitalisierung, die man beobachten kann, die Entwicklung, die man beobachten kann, einhergehen. Das, was ich erlebe, die, wenn ich ITler habe, wenn ich frage, wie viele Stunden sitzt du am Tag am Rechner, wie viel zwischenmenschliche Kommunikation hast du? Ich frage ja meine Teilnehmer das alles ab, mit denen ich arbeite. Ich arbeite sehr, sehr intensiv mit jedem Einzelnen und kriege auch mit, was hat der für eine Persönlichkeit, was für eine Biografie. Und das habe ich schon mit vielen, vielen tausend Männern und Frauen gemacht. Und da kriegt man so ein bisschen was mit, nämlich je mehr die Menschen digital alleine an einem Rechner sitzen, umso entfremdeter sind sie von sich selbst. Also sie können, sie haben kein Gefühl für ihren Körper. Sie haben eine flache Atmung, sie atmen gar nicht tief, sie sind, haben wenig Bezug zu den eigenen Gefühlen, haben teilweise Angst vor den eigenen Gefühlen, können die schwer ausdrücken, können schwer mit emotionalen Situationen umgehen und haben dann oft wenig zwischenmenschliche Kompetenz. Das heißt, sie verstehen Ironie nicht, verstehen nicht, wissen sich, wie sie mit Wut umgehen sollen oder mit Unsicherheit, mit Angst. Wenn jemand weint vor ihnen, sind sie völlig neben der Spur. Das ist so viele Männer, die Frau weint und der steht da, jetzt stirbt sie, jetzt stirbt sie, was soll ich machen? Also es ist wie ein kleiner Junge, der sagt, er blutet. Erstmal geschnitten, da sterbe ich jetzt. Papa, sterbe ich jetzt? Sag ich, nein, alles gut. Also völlig überfordert mit normalen zwischenmenschlichen Situationen, mit starken Emotionen und das erlebe ich bei vielen Männern. Eine Frau reagiert emotional, schreit dich an, weint, schreit dich an beim Sex. Der Mann ist völlig geschockt, Erektion weiter hin und die Frau will einfach nur geil gefickt werden und er erschreckt sich zu Tode, zum Beispiel. Oder sie lacht einfach und der Mann weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Lacht die mich jetzt aus, ist verunsichert. Also das sind, je mehr Menschen digital unterwegs sind, umso weniger können sie mit solchen Emotionen umgehen und völlig verunsichert. Einhergehend mit einer intellektuellen Arroganz, die denken, ich kann jetzt alles handeln. In der Praxis ist es aber nicht so. Und du brauchst viele Fähigkeiten, zwischenmenschliche Fähigkeiten, die du nur im Kontakt erlebst mit Menschen, um soziale Kompetenz zu erlangen. Wir erleben oder ich erlebe eine Generation, die immer weniger zu Intimität fähig ist. Also immer größere Probleme in Partnerschaft, immer mehr Ablenkung voreinander, Freizeitstress, Actionprogramme, beide gehen arbeiten. Wenig Intimität untereinander, wenig Intimität auch mit den Kindern, die immer fremd, ja, digital geschult werden und fremdbetreut werden schon ganz früh. Also so, dass gar keine intime Beziehung mehr entstehen kann. Also was ich erlebe, ist eine ganz, ganz große Beziehungsunfähigkeit, die je mehr digital ein Mensch unterwegs ist, umso extremer ausgeprägt ist. Und was wir jetzt erleben durch Corona, ist sozusagen eine Eskalation der Digitalisierung unserer Erlebniswelt. Kontakte werden verboten. Der wenige, aus meiner Sicht schon viel zu wenige Körperkontakt, Beginn bei den Kindern, wird auch noch verboten. Also ein Entzug von Körperlichkeit. Und das heißt in der Regel, die Menschen verlieren komplett den Bezug zu ihrem Körper. Das kann ich zum Beispiel, habe ich eingehend analysiert, in Bezug auf Pornografie, wenn es interessiert, meine beiden Bücher, Internetporno oder Ekstase statt Porno. Die kannst du, da kannst du das nachlesen, welche Wirkung das hat, Sexualität im digitalen Bereich zu leben, heißt kompletten Verlust zur eigenen Lust, zur eigenen Libido, zur eigenen Körperlichkeit. Und das erleben wir im Moment, eine Eskalation, ein Verlust von Körperlichkeit, eine sehr, sehr tiefe Verunsicherung. Das kann man vor allem bei den Kindern erleben, die gerade schwerst traumatisiert werden. Abstandsregeln, kein Kontakt mehr, kein Raufen, kein Spiel, kein Anfassen, kein Umarmen. Das ist Psychoterror aus meiner Sicht. Gehört schwer bestraft. Aus meiner Sicht gehören all die Erzieher, die das und Lehrer, die das durchsetzen, gehören in den Knast. Sorry, aber das ist aus psychologischer Sicht unverantwortlich, was da angestellt wird. Auch wenn es darum geht, eine tödliche Seuche, die die Menschheit kurz vorm Ausrotten die Zivilisation praktisch schon ausgerottet hat. Wir haben ja kaum noch Überlebende durch Corona. Ich glaube, 0,001 Prozent sind infizierte Bevölkerung. Also es gibt fast keine Überlebenden mehr. Infiziert, nicht tot. Und ein paar Tausend, die dann an Corona gestorben sind, also mit Corona, die sind zwar vom Auto überfahren worden, hatten dann aber beim Test positiv. Also wir reden über eine Handvoll vielleicht Corona-Tote. Ja, da muss man natürlich überlegen, ist es das wert, dass man die Kinder schwer traumatisiert. Naja, also sei mal dahingestellt. Ich kann mir das leider nicht enthalten bei dem Schwachsinn, der da abgeht gerade. Wir erleben gerade eine Eskalation digitaler Kommunikation, eine Eskalation mit Verbot, mit drastischen Strafen. Also in Schulen zum Beispiel drastische Strafen in Bezug auf sofort die Kinder, wenn die sich umarmen zum Beispiel, wird das Kind sofort abgeholt, die Eltern aufgefordert, das Kind sofort abzuholen. Und bei wiederholtem Verstoß gegen das Körperkontakt oder Abstandsverbot darf das Kind nicht mehr im Unterricht teilnehmen. Das sind also drastische Maßnahmen, die was muss man sonst gemacht haben als Kind, dass sowas passiert. Überleg mal in den Jahren davor, was hättest du, was hätten deine Kinder machen müssen, um so eine drastische Strafe zu bekommen. Also extremste Zwangsmaßnahmen, extremste soziale Ausgrenzung. Und das hat zufolge, dass immer weniger reale Kontakte stattfinden. Viele sind froh, Homeoffice haben wir jetzt. Viele sagen, ich bin froh. Ja, aber du sitzt nur noch alleine, isoliert. Und wir haben, wer denkt, ich kann zum Beispiel in dem Bereich etwas trainieren, ich kann im digitalen Bereich kommunizieren. Dem sei gesagt, die Kommunikation ist auf zwei Ebenen reduziert, nämlich auf das Visuelle und das Auditive. Und das war's. Und da entsteht keine reale zwischenmenschliche Nähe, Kontakte und Verbindung. Man kann sie teilweise erhalten. Ich kenne das auch. Familie meiner Frau in Brasilien, man skypt im Urlaub. Alles gut, aber du baust nicht auf, sondern du kannst sie in gewissem Maße erhalten. Aber du kannst sie nicht neu herstellen. Und deshalb empfehle ich auch allen Paaren, bitte, wenn ihr Probleme habt, auf keinen Fall digital. Beziehungen, die du per SMS oder auch per Telefon oder meinetwegen auch per Videokonferenz klären willst, das geht garantiert in die Hose. Weil du trainierst Empathie, Verständnis füreinander. Kannst du nur im direkten Kontakt, Mitgefühl, Liebe, Verbindung, Körperlichkeit, das geht nur im unmittelbaren zwischenmenschlichen Kontakt. Also es werden alle Wahrnehmungskanäle mit allen Sinnen geschult. Und dadurch entsteht Fähigkeit, wie gehe ich mit bestimmten Emotionen um, Verständnis für den anderen. Im Digitalen macht man Postings. Man haut Positionen raus und knallt ineinander und das war's. Es ist kein Verständnis, es ist keine echte Kommunikation, eine Bereicherung füreinander, eine Verbindung entsteht da eben nicht. Maximal auf einer intellektuellen Ebene. Und was das Beziehungsfähigkeit angeht, würde ich sagen, die Digitalität zerstört die Beziehungsfähigkeit. Je mehr du digital unterwegs bist, umso katastrophaler. In Bezug auf Pornokonsum ist das wissenschaftlich schon längst erforscht, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Wenn du einfach regelmäßig Pornos guckst, bist du zum normalen Sex begrenzt oder irgendwann auch gar nicht mehr fähig. Du kriegst keinen mehr hoch bei der normalen Frau, die ein bisschen Hängebosenpickel oder Bauch oder Cellulitis oder irgendwas hat, weil so eine perfekte findest du nirgends. Und die nicht sofort, wenn du sie an der Klitoris dran schraubst, sofort anfängst zu stören, fick mich, fick mich. Also bei einer normalen Frau, die nicht so eine Porno-Darstellerin ist, kannst du keinen, ja fehlt der Kick. Du hast kein Einfühlungsvermögen, du hast keine Geduld, meine Frau zu erwecken, du hast kein Gefühl in den Händen. Ich erlebe das ja, Menschen, die nur digital unterwegs sind. Ich gebe ja Tantra-Seminare. Ja, da hast du zwei Handfeger, die irgendwie, also sorry, wenn ich mein Auto ein bisschen sauber mache oder mein Wohnmobil auskehre, denke ich, habe ich mehr Feingefühl, als viele, die ich sehe, wie die ihren Partner massieren. Ja, da kann man schreiend weglaufen. Ja, da würde ich sagen, trainier mal einfach Oberflächen abschmirgeln oder so. Ja, das ist wirklich so. Gerade Menschen, die sehr viel digital unterwegs sind, die haben zwei Fleischklötze. Und da erlebe ich, da ist Fleisch auf Kotelett. Ja, und da ist keine Haut, keine Sensibilität, kein Abwarten zu spüren. Hey, wie ist die Reaktion des Anderen? Wo spüre ich, dass der Atem sich vertieft? Wo spüre ich, dass die Haut etwas weicher wird? Ne, etwas der Hauttonus sich verändert oder Nullchance, Nullchance. Ja, das ist irgendwie wie Drahtbürste bearbeitet, verrostete Metallpfeiler oder so. Da ist nicht viel. Ja, gerade bei ITlern oder ITler sind ja heute fast alle Berufe, die sitzen am Computer. Da ist kein Feingefühl da und da wundert man sich, dass die Frauen keinen Bock haben auf die Männer, weil sie sagen, ich brauche eine Entschädigungszahlung für Körperverletzung. Da ist zwei Drahtbürsten, die ich bearbeiten. Also, du entwickelst sowas nicht. Ja, und dieser digitale Wahn ist so, stell dir vor eine digitale Ausbildung als Masseur. Würdest du sich von Jody Mann massieren lassen, der im Internet Masseur gelernt hat? Ja, das ist genau der Punkt. Eine Frau, eine Beziehung entsteht dadurch, wie viel Einfühlungsvermögen hast du? Es gibt Menschen, die kneten rum und machen alles richtig und das ist wie so eine Knetmaschine. Und andere, die haben ein Gefühl dafür. Soziale Kompetenz hat mit diesem Gefühl zu tun. Wie halte ich jemanden? Wie drücke ich jemanden? Wie fest umarme ich? Wie lege ich meine Hände auf? Und wenn man das trainiert, legt man die Hände auf und der andere, ich habe das, wenn ich die Hände auf die richtige Stelle lege, dann fängt jemand an zu weinen zum Beispiel, wenn eine unterdrückte Traurigkeit ist oder fängt an zu lachen, wenn dann was sich löst. Oder auch erotische Gefühle entstehen nur durch Handauflegen. Und das hat mit Fähigkeiten, zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu tun, die man nicht digital trainieren kann. Und was wir auch gerade wenig erleben, ist eine Privatsphäre. Also es braucht, um Intimität aufzubauen, die Sicherheit einer Privatsphäre. Auch da gibt es Untersuchungen. Wenn du ein Smartphone auf den Tisch legst bei einer Kommunikation, ist die weniger intim. Da gibt es Untersuchungen. Wir haben immer mehr digitale Kommunikation, wo die Privatsphäre eben nicht 100 Prozent sicher garantiert ist. Ich glaube, das weiß jeder. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das weiß man seit der CNA und so weiter. Da ist alles, zumindest wirtschaftlich ausgewertet, politisch ausgewertet an digitaler Kommunikation. Es gibt keine wirkliche Sicherheit, egal welche Technik du benutzt. Und das subjektive Gefühl ist aber wichtiger als das objektive. Das Gefühl, es ist nicht privat. Es ist nicht wirklich intim. Nur wir beide miteinander oder in einem Kreis. Und dieses Gefühl ist wichtig für eine emotionale Öffnung, für Hingabe, für Vertrauen, Aufbau von Vertrauen. Und das geht im Digitalen eben nicht. Eine Vertrauensbeziehung. Und das erlebe ich, dass es Menschen zunehmend schwerfällt, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Also soziale Kompetenz, jemand, der Sozialkompetenz hat, der baut Vertrauen mit Menschen auf. Der kann zuhören, der kann erzählen, der kann Verbindungen aufbauen, dass man ihm vertraut. Und der hat eine Persönlichkeit, die sich formt im zwischenmenschlichen Kontakt. Und ich behaupte, die digitale Zeit ist eine verlorene Lebenszeit. Alles, was du digital vor dem Rechner, am Computer oder Smartphone verbrennst, ist eine Schein-Lebenszeit, einer Scheinwelt. Die nützt dir nichts. Stell dir vor, du würdest trainieren. Ich habe das zum Beispiel, ich habe jetzt gestern noch, also die Tage war ich in Holland und ich bin ein begeisterter Kiter und gebe die neue Technik. Ich bin da immer neugierig. Ich sage, man muss permanent neue Dinge lernen. Das mache ich auch für mich. Und es gibt eine neue Technik. Die sind Wings, das sind so Flügel, die hast du in der Hand. Anders als die Kites, die ja mit den Leinen und großen Quadratmeterzahlen auch ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen. Sehr unfallgefährdet, vor allem bei starken oder bögen im Wind. Hast ein Flügel in der Hand, hast ein Brett, eine Art kleinen Surfbrett und hast eben ein Hydrofoil, das heißt ein Flügel aus Aluminium und Carbon, den du bei Geschwindigkeit dann hochgehst und du fliegst praktisch über dem Wasser mit diesem Flügel. Okay, das ist die Technik und ist nicht so einfach. Also erst mal hochzukommen, mit dem Flügel klarzukommen, bei Wellengang drauf stehen zu bleiben und dann auch noch aus dem Wasser rauszukommen. Du bist wie auf einem rohen Ei. Naja, und wie ist es? Du fliegst einfach permanent ins Wasser, permanent kletterst drauf, tust dir einen Flügel mit dem Hacken weh und es geht alles schief, was schief gehen kann, schluckst literweise Wasser und bist völlig verzweifelt, läufst dann wieder zurück mit dem schweren Material. Alle düsen an dir vorbei und haben ihren Spaß, außer du. So ungefähr sieht es aus. Und das muss man tagelang machen, um ein paar kleine Erfolge zu haben. So, und da führt kein Weg dran vorbei. Ein digitaler Wing-Kurs oder Hydrofoik-Kurs bringt dir rein gar nichts. Außer das Gefühl, ich bin der Coolste, ich kann alles. Bringt dir nichts. Du musst es direkt lernen. Du musst, genauso wie du nicht digital Arzt, Masseur oder beziehungsfähig werden kannst. Es bringt dir nichts. Es ist eine Scheinfähigkeit, ein falsches Selbstbild, was da aufgebaut wird. Ja, ein paar Tipps von einem Lehrer, die haben mir geholfen. Aber das Entscheidende ist, du musst einfach hundertmal runterfallen, wieder hochklettern und den Flügel und wieder reinfallen und auf den Flügel und nach hinten und so weiter. Alles falsch machen, was man falsch machen kann. Und irgendwann baust du so eine Sicherheit auf. So funktioniert Lernen. Du musst mit dem Frust klarkommen und mit der Ungeduld und vielen anderen Gefühlen. Und darum geht es, wenn du etwas lernst. Es geht nur in der direkten, analogen Welt und alle zwischenmenschlichen Beziehungen noch viel extremer. Stell dir vor eine psychologische Ausbildung digital. Insofern sage ich und halte mich auch fern, Online-Formate, also Online-Schulungen sind völliger Quatsch. Es ist komplett rausgeworfenes Geld, eine Online-Schulung. Ja, weil du hörst dir das an und du bist einfach ein bisschen größenwahnsinniger, ein bisschen narzisstischer, ein bisschen autistischer geworden und denkst, du hast es geblickt. Aber du hast es gar nicht geblickt. Nur in deinem Gehirn haben sich ein paar Dinge verändert. Aber du hast nichts gewonnen, weder im zwischenmenschlichen Bereich noch an Persönlichkeit, im Gegenteil und auch was die normalen haptischen Fähigkeiten angeht. Wir haben heute eine Gesellschaft, die zu wenig Körperkontakt hat. Und das ist der essentielle Teil all unserer Seminare. Es gibt viel Körperkontakt auf unterschiedlichste Art und Weise. Und uns fehlt das. Und wir erleben eine Gesellschaft, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, die Körperlichkeit verbietet, die sogar bei Geburten, die Frauen mit Atemmaske, das Kind weggenommen, aus meiner Sicht schwer kriminell. Ich wiederhole nochmal, die Leute, die das machen, gehören für mich in Knast. Das ist aus meiner Sicht schwere Traumata, die da erzeugt werden. Ein Kind braucht den Körperkontakt und wir haben alle viel zu wenig Körperkontakt. Die Menschen sind deshalb so glücklich, so stark, so stolz, so viel Persönlichkeit, weil sie viel Körperkontakt haben mit sich, mit anderen, weil es viel körperlich, das meiste ist körperlich. In den Seminaren erzähle ich nicht so viel wie hier. Da wird Action gemacht. Da sagen die Leute, ich bin hundemöde, ich falle wie ein Stein ins Bett, weil ich gesagt habe, ich habe noch nie so viel bewegt. Ich habe noch so viele Emotionen gehabt wie in den drei Tagen. Viele sagen, im ganzen Jahr habe ich nicht so viel erlebt wie in den drei Tagen im Seminar, weil wir eine erlebnisarme Welt haben. Und das ist gerade, was jetzt gerade passiert, besonders katastrophal durch die Maßnahmen. Ein für diejenigen, die natürlich von profitieren, von einer Digitalisierung dieser Welt. Ich will das nicht weiter ausführen. Da bin ich ja Verschwörungstheoretiker. Ich meine, bin ich sowieso. Jeder, der das hinterfragt, was passiert, ist es. Aber da musst du dir deine eigenen Gedanken zu machen. Fakt ist, diese Digitalisierung fördert die Entfremdung der Menschen von sich. Es fördert eine flache Atmung. Man verliert vor dem Monitor. Ich habe das analysiert und das ist also vor dem Monitor. Atmen die Menschen nicht. Und eines der zentralen Aspekte, um Persönlichkeit, um Charisma zu haben, ist eine tiefe Atmung. Du kannst nicht flach atmen und Charisma haben. Das geht nicht. Du kannst nicht digital die ganze Zeit vor dem Monitor sitzen, kein Gefühl für deinen Körper haben und die charismatische Ausstrahlung haben. Das ist ein Widerspruch an sich. Du kannst nicht eine Online-Schulung machen, um Charisma zu entwickeln. Das ist völliger Quatsch. Das ist wie Herz-OP online lernen, Surfen online lernen oder hier Wingfoilen, was ich gerade lerne, online zu machen. Völliger Schwachsinn. Da profitiert einer von, nämlich der Anbieter, weil du viel Geld verdienen kannst. Bei Wingfoilen ist dann ein Trainer mit dir im Wasser. Der wird nass und der läuft hinterher und schreit sich gegen den Wind die Seele aus dem Hals. Das ist ein Scheißjob. Und der kriegt 50 Euro die Stunde. Wenn du einen Kurs machst, dann kannst du eine Million Teilnehmer haben und kannst ein Vermögen mitverdienen und sitzt im wohltemperierten Raum vor deinem Rechner und erzählst irgendwas. Ja, für den Verkäufer ist das eine super Geschichte. Aber niemand lernt Wingfoilen, so wie keine andere Sportart der Welt am Monitor. Der Trainer muss verdammt nochmal ins Wasser gehen. Der muss dich anschreien. Der muss dich loben. Der muss dir Mut machen. Der muss dir was vormachen. Der muss mit nass werden und im Wind stehen und der muss sich mit engagieren. Das bringt was. Alles andere bringt gar nichts. Das ist verlorene Zeit, rausgeschmissenes Geld, verlorene Lebenszeit. Eine Minute auf dem Brett ist besser als eine Stunde Online-Schulung. Und so ist das bei Massagen und so ist es bei Beziehung. Beziehungstraining, was wir machen online, ist eine Verarschung. Sorry, wir könnten viel Geld damit verdienen, weil alle Leute sagen, Mensch, dann muss ich mich nass machen. Da kann ich am Rechner sitzen und denke am Ende, boah, bin ich ein toller Hecht. Aber es ist eine Verarschung der Leute. Es fördert den Narzissmus. Es fördert einen Autismus. Es fördert ein falsches Selbstbild. Und deshalb werde ich das nicht anbieten. Auch wenn man da viel Geld mit verdienen kann wie andere. Es ist beliebig skalierbar. Du musst kein Seminarhaus buchen. Du hast viele, viele Probleme hast du da nicht. Und am besten kannst du noch Offshore irgendwie so eine, dann sitze ich in Panama oder ich weiß nicht, wie man das macht. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Dann zahle ich womöglich auch noch keine Steuern oder nur 7% Steuern wie in der Schweiz oder so. Also es bietet enorm viele Vorteile. Wenn du Geld verdienen willst und dir die Ethik und deine Teilnehmer egal sind, dann biete Online-Seminare an. Digitale Geschichten, das was gerade gemacht wird. Und die, die digitale Produkte anbieten, freuen sich. Das sind ja die großen Gewinner gerade dieser Entwicklung. Es gibt keine Privatsphäre mehr im Digitalen. Die Menschen verlieren Körperlichkeit, verlieren Beziehungsfähigkeit. Und das ist genau das, was ich attestiere. Die Menschen werden immer weniger beziehungsfähig. Und die erste Beziehung zu dir selbst verlierst du, wenn du am Rechner sitzt, wenn du am Monitor sitzt. Du atmest nicht. Und ohne zu atmen fühlst du nicht. Das A und O in unseren Seminaren ist Körperlichkeit und Atmung. Das trainieren wir exzessiv. Zu lernen, tief zu atmen. Das klingt jetzt banal, aber das ist genau der Punkt. Du kannst nicht in Ekstase sein und flach atmen. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht wütend sein und flach atmen. Du kannst nicht traurig sein. Ich meine richtig herzzerreißend weinen und nicht atmen. Viele haben nicht geweint. Viele sagen in meinem Seminaren, boah, ich habe noch nie in meinem Leben so geweint, so bitterlich. Aber es hat gut getan. Viele sagen, ich habe noch nie so gelacht, mich fast bepisst vor Lachen. Das geht auch nur mit einer tiefen Atem. Viele sagen, ich habe noch nie, ich bin noch nie ausgerastet in meinem Leben. So richtig ausgerastet, dass ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt jemanden umbringen. Tun sie nicht. Haben sie überhaupt nicht die Kraft, die Technik und überhaupt so. Aber das Gefühl, immer nur in einer weich gespülten Welt zu leben, hängt mit diesem flachen Atem zusammen. Und Ekstase ist so ein bisschen im Hirnfick. Eine schöne Frau irgendwie ficken oder so. Aber das ist Hirnfick. Das ist nicht Ekstase. Zur Ekstase gehört auch diese tiefe Atmung und eine intensive Körperlichkeit. Und ich glaube, diese digitalisierte Welt führt uns einerseits aus dem Körper raus. Wir verlieren in extremer Weise die Körperlichkeit. Das fängt schon bei den Kindern an und ist katastrophal. Ich halte von digitalem und Homeschooling überhaupt nichts. Das wird immer schlimmer. Das, was vor allem den Jungs angetan wird, die besonders Körperlichkeit, raufen, Bewegung, klettern, schnitzen, sich wehtun, verletzen, soziale Interaktion brauchen. Denen das alles komplett zu verbieten. Sorry, das ist für mich keine menschenwürdige Erziehung mehr. Da ist die Erziehung, die die Tiere miteinander haben, besser und sinnvoller. Die normale Affen oder Hamster oder so miteinander in der freien Wildbahn haben. Das ist natürlicher und besser. Was wir haben, ist eine Pervertierung. Und Gehirnwäsche ist noch ein nettes Wort dafür, was da passiert wird. Kinder brauchen genau das Umarmen, Raufen, Anfassen, sich streiten, sich wehtun, sich liebhaben, sich drücken, miteinander ziehen und hüpfen und körperlich tätig zu sein. Das ist das Natürliche. Und ihnen das wegzunehmen und durch digitales Ersatz zu ersetzen, ist einer der schlimmsten Verbrechen, die man Kindern antun kann. Sorry für meine klaren Worte, aber so sehe ich das, weil ich mache mit meinen Kindern genau das Gegenteil. Ja, die dürfen auch mal, wenn wir mal unsere Ruhe haben wollen, zwischendurch, das gibt es mal, dann dürfen sie mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde auch mal einen Film gucken. Ja, ist okay. Aber das ist eher dadurch bedingt, dass wir mal unsere Ruhe brauchen bei drei kleinen Kindern und gerade keinen Babysitter haben oder Kindermädchen und das mal dringend nötig ist, aber nicht, weil wir das so sinnvoll finden. Ja, ansonsten die restliche Zeit des Tages haben die sinnliche körperliche Erlebnisse. Wenn ich dir erzähle, was sie alleine heute gemacht haben mit Körperfarbe anmalen, mit einem Taschenmesser geschnitzt, einer in den Reihen gefallen nach vorne und sich nass gemacht, sich nass gespritzt draußen. Einer ist vom Hund, mit dem Hund gespielt und mit Steinen Dinge gemacht. Also es gibt tausend Sachen, was die gemacht haben. Alles ist körperlich. Es sind zu 90 Prozent körperbezogene Dinge und emotionale Dinge, die ich mit meinen Kindern mache. Und das fördert Persönlichkeit. Das macht eine starke Persönlichkeit aus. Und ich kann sagen, die Menschen, die besonders Ausstrahlung haben, die besonders charismatisch sind, die Menschen, die soziale Kompetenz haben und vor allem die beziehungsfähig sind, das sind Menschen, die viel Körperkontakt hatten von ihren Eltern, mit ihren Eltern, die viel körperlich erlebt haben. Das baut Selbstbewusstsein auf. Reales Leben ist ein körperliches Erleben, ein zwischenmenschliches, direktes Erleben. Und deshalb bin ich ein ganz erklärter Gegner dieser Digitalisierung. Ja, es ist praktisch. Ich nehme mir auch gerade mein iPhone und nehme diesen Podcast auf. Ich sitze am Rechner, ich schreibe am Rechner und nicht mehr mit einem, mit einer Schreibmaschine. Ja. Und ich vermeide aber digitale Kontakte. Ich sehe Menschen persönlich. Ich benutze das als ein Instrument und ich verschwende meine Zeit nicht. Klar, man kann, ob man Bücher liest oder digital liest, sei jetzt mal dahingestellt, ob das wirklich außer für die Augen schädlicher ist. Aber mir sind normale Bücher trotzdem noch lieber. Aber es geht um diese Kontakte und um das Lernen. Und das muss eben analog erfolgen. Und das, was gerade passiert, wo Corona ein super Ausrede bzw. ein Beschleuniger ist und ein gefundenes Fressen für diejenigen, die massiv profitieren von dieser Digitalisierung, sei es finanziell oder politisch. Es ist eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe für alle Menschen. Wir verlieren eine Entfremdung von uns selbst. Wir verlieren das Gefühl für uns selbst. Wir atmen alle flacher dadurch. Wir verlieren das Gefühl für Körperlichkeit. Wir verlieren Zwischenmenschlichkeit. Menschen, denen man Körperkontakt verbietet, werden nicht in der Lage sein zu Mitgefühl, zu Liebe, zu Einfühlungsvermögen, also Empathie, zu Verbindung und sind nicht beziehungsfähig. Und das wird gerade hier zerstört, unsere Beziehungsfähigkeit. Also mein dringender Ampel, lass die scheiß digitalen Geräte aus, außer wenn du sie aus wirklich praktischen Gründen brauchst. Pack sie weg, dann kannst du auch nicht getrackt und nachverfolgt werden. Jeder Abstand wird negativ. Social Distancing ist die eigentliche Krankheit. Das Problem ist nicht der Virus. Der Virus heißt Social Distancing und heißt Digitalisierung aus meiner Sicht. Das ist die größte Gefahr, an der die meisten Menschen sterben. Nämlich durch Isolation, durch Einsamkeit, durch Beziehungsunfähigkeit, durch soziale Phobien, die da entstehen. Unfähigkeit, Beziehungen aufzubauen. Und wir brauchen tragfähige Beziehungen zu Freunden, zu Familie, zum Partner, zu den Kindern. Das ist Lebenselixier. Und das sind die starken Persönlichkeiten. Die haben starke und feste und vertrauenswürdige Beziehungen im Leben. Und darum geht es, diese aufzubauen. Also komm aus dieser digitalen Welt raus, klapp den Rechner zu, mach dein Smartphone aus oder lass es einfach mal zu Hause und treff Menschen. Dadurch lernst du soziale Kompetenz. Mit Menschen reden, mit Menschen nahe kommen, Kontakte machen. Das ist es. Und wenn du noch mehr lernen willst, dann ist es Körperkontakt. Mit einer Frau, wenn du Beziehungsfähigkeit, wenn du besser flirten willst, dann brauchst du emotionale und körperliche Kontakte mit Frauen. Das funktioniert nicht mit Mundschutz und eineinhalb Meter Abstand. Das ist eine Katastrophe. Was gerade gemacht wird, ist, das Essentielle wird verboten. Menschenwürde, Zwischenmenschlichkeit, zwischenmenschlicher Kontakt wird gerade versucht, negativ darzustellen, indem man zwangsweise Abstände und Mundschutz, hinter dem man sich versteckt, einführt. Wir machen in unseren Seminaren das Gegenteil. Das erste ist die Maske runter. Und zwar nicht die Mundschutzmaske, sondern die Maske, hinter der man sich versteckt, runterzunehmen. Wir wollen demaskierte Menschen, die sich authentisch zeigen in den Seminaren. Das ist es, was Menschen glücklich macht, was Menschen brauchen. Und Nähe, Nähe untereinander, Körperkontakt. Die meisten haben ein ganz, ganz großes Defizit an Körperkontakt mit sich selbst und mit anderen. Und Zwischenmenschlichkeit hat mit genau diesem Körperkontakt zu tun. Wenn du Mörder heranzüchten willst, wenn du unethische Menschen, die kein Problem haben, andere zu quälen, anderen Unrecht zu tun, heranzüchten willst, dann würde ich empfehlen, jede Beziehung zu zerstören bei diesen Menschen, jedes Körpergefühl zu zerstören und jeden Körperkontakt zu vermeiden. Dann hast du die perfekten Söldner, dann hast du perfekte Menschen, die benutzbar sind. Das wäre sozusagen eine Anleitung, Unmenschen moralisch niederträchtige Menschen zu erzeugen, die nicht beziehungsfähig sind zu jeder Schandtat im Grunde, gegen die Menschlichkeit bereit sind, den anderen Menschen Kontakte zu zerstören, zu Denunziationen zu betreiben und so weiter. Das wäre genau die Anleitung. Und das Gegenteil, das was wir machen, ist Menschen zu mehr Liebe, zu mehr Beziehungsfähigkeit zu verhelfen, zu mehr sozialer Kompetenz, zu mehr verbindlichen Beziehungen, zu mehr Einfühlungsvermögen und zu mehr Liebe. Und dafür braucht es tiefe Atmung, intensiven Körperkontakt, viel zwischenmenschliche Kontakte, die vor allem emotionaler Natur sind. Also nicht philosophische Gespräche oder pragmatische Gespräche, sondern Nähe mit Menschen, in Gesprächen auch. Das ist es. Also meine Botschaft ist ganz klar, lass dich nicht von diesem Hype, diesen vermeintlichen Vorteilen der Digitalisierung verführen. Es ist eine Scheinwelt, eine falsche Scheinwelt, in der wir leben und die da gerade aufgebaut wird. Und es ist ein Scheinprodukt. Es ist nicht die Realität. Geh raus in die Natur, mache Sport. Du kannst nicht Sport am Rechner machen. Baue Beziehungen mit Menschen auf Angesicht zu Angesicht. Und dort lernst du auf vielen, vielen Ebenen wesentlich tiefer und gehaltvoller. Und vor allem, du schützt deine Privatsphäre. Egal, ob du allein in der Natur bist, wenn du nicht deine Technik mal mitnimmst, vergiss mal diese scheiß Technik dabei. Konzentrier dich auf deinen Körper, auf deine Gedanken, auf die Natur und lass das scheiß Smartphone weg, wenn du mit Menschen redest, wenn du mit Menschen Kontakt hast. Das ist meine eindringliche, mein eindringlicher Ampel. Und das ist die Grundlage für soziale Kompetenz, für eine tiefgehende, gereifte Persönlichkeit, um auch sowas wie Charisma zu entwickeln. Ist das die Persönlichkeit? Es ist nicht ein Trick. In der digitalen Welt werden dir immer vermeintliche Tricks verraten. Und mit diesem Trick wirst du reich, erfolgreich, multiorgastisch und überhaupt. Und das ist eine Verarschung. Es dient dem Verkäufer. Es dient nicht dem Käufer. Alles, was du erreichen kannst, bedeutet, man muss lange dranbleiben. Es ist ganz konkrete Arbeit. Man muss oft auf die Fresse fallen. Thema meinen Wing. Also auf die Fresse nicht, aber ins Wasser und ein paar Liter Wasser schlucken. Und hey, ich bin immer noch nicht. Ich fahre jetzt schon mal 100 Meter her nach ein paar Tagen, aber ich gleite noch nicht auf dem Wing durchs Wasser. So wie die anderen tollen Leute, die das mit ihren Hydrofolts schon machen. Komme ich aber noch hin. Aber es ist einfach Arbeit. Wenn du massieren lernst, ist es genauso eine harte Arbeit im Sinne von, du musst einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr viel tun. Du musst einfach tausend Massagen gegeben haben, bis du gut bist. Und genauso ist es mit zwischenmenschlichen Kontakten, mit Führungsqualität und so weiter. Es ist einfach ganz konkrete Arbeit fähig. Ein guter Autofahrer wirst du nicht digital. Mein Vater hat immer gesagt, fahr mal 100.000 Kilometer und dann bist du ein guter Autofahrer. Dann reagierst du auch intuitiv richtig. Und ja, der hat recht. Das ist so. Also es geht nichts an diesen viel, viel, vielen analogen Erfahrungen und der Zeit, die man da investiert. In der digitalen Welt geht alles scheinbar ganz schnell und einfach mit den richtigen Tricks. Und ich sage, es ist einer der größten Verarschungen der Menschheit. Natürlich sind digitale Produkte, helfen uns, vieles ist sehr praktisch. Aber um Persönlichkeit aufzubauen, um wirklich lebenswichtige Fähigkeiten zu lernen, um zwischenmenschliche Kontakte zu pflegen, ist diese digitale Welt eine große Täuschung. Komm in die analoge Welt. Analoge Welt heißt gewonnene Lebenszeit, gewonnene Lebenserfahrung. Digitale Welt heißt verlorene Lebenszeit. In diesem Sinne, genieße diesen Tag. Genieße die Menschen, denen du begegnest. genieße die Menschen ihnen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.